Kaustub Schrikant. Danke. Also ja, mein Name ist Kaustub. Ich bin Techniker und ein Forscher und ich arbeite für eine kleine NGO, die in Berlin arbeitet und ich bin, naja, ich helfe ihnen, digitale Technologie effektiver zu benutzen. Aber ich verbringe auch einen Großteil meiner Zeit in Indien, wo ich in den letzten Jahren über, die letzten Jahre über einige Forschungen zum Stand der Internetzensur und Überwachung gemacht habe, durchgeführt habe, die von der indischen Regierung implementiert wurden in den letzten Jahren. Heute werde ich über einen konkreten Fall reden, der früher in diesem Jahr passiert ist. Und es war ein Befehl, etwas zu zensieren, also eine Anweisung etwas zu zensieren für einige sehr, sehr beliebte Webseiten, die dann geblockt wurden im gesamten Land. Und ich werde darüber reden, was dazu geführt hat, zu dieser Anweisung, wie es herausgegeben wurde von der Regierung und wie die Internetanbieter darauf reagiert und das implementiert haben, diese Blogs. Und was sie anders hätten tun können. Und ich werde auch ein bisschen über die Forschung reden, die wir gemacht haben, dazu, wie diese Blogs implementiert wurden, also welche Technologie benutzt wurde von diesen Internetanbietern, um sie zu implementieren und wie Nutzer diese Blogs umgehen konnten. Also, letztes Jahr, etwa am 17. Dezember, gab es eine Anweisung vom indischen Ministerium für Telekommunikation und IT. Und diese Anweisung sagte, dass jeder Internetanbieter in Indien 32 Webseiten blocken sollte. Wir haben einige Webseiten gesehen, die dann plötzlich verschwanden, immer mal wieder, also von verschiedenen Internetanbietern. Wir waren uns nicht ganz sicher, was da passierte. Bis zum 31. Dezember, also einen Tag nach dem letzten Kongress, ich wachte auf in meinem Hotelzimmer in Hamburg und sah einen Leak von der geheimen Anweisung. Und in dieser Anweisung stand eben, dass es wirklich ein Verbot gab und dass diese Blogs von der Regierung implementiert worden waren und dass es diese Anweisung für alle Internetanbieter gab und dass in dieser Anweisung auch stand, dass keiner der Internetanbieter veröffentlichen sollte, dass es diese Anweisung gab. Und ich bin mir nicht sicher, wie lesbar das hier ist auf dem Bildschirm. Aber im Wesentlichen sagte es, blockt diese 32 URLs, die hier in dieser Liste stehen, an diesem Brief und blockt sie sofort. Und dass kein Internetanbieter bekannt geben darf und dass sie nicht den Inhalt dieses Briefes veröffentlichen dürfen. Und dass sie auch die Namen der URLs in diesem Brief nicht veröffentlichen dürfen. Und das wurde getan mit Hilfe einer Sektion eines Gesetzes. Das ist die Sektion 69a. Und das ist von 2000. Und es wurde aber 2008 geändert, direkt nach den Mumbai Terrorattacken. Und jetzt ist es ein sehr drakonisches Gesetz, das benutzt wird von der Regierung in Indien, um Dinge, um sehr viel Überwachung durchzuführen in Indien. Aber es wird eben auch für Zensur genutzt. Wir hatten einige Erfolge, wo es darum ging, einige Teile dieser Sektion loszuwerden. Eine davon ist eben 66a. Und das existierte eigentlich, um Harassment im Internet zu vermeiden. Aber es wurde meistens benutzt von sehr mächtigen Politikern, um Kritiker zu bestrafen. Diese Sektion 69 existiert immer noch und gibt Ihnen viel Möglichkeiten, einen Ressourcen zu blockieren, ohne Rechenschaft abzulegen. Was es jedoch nicht sagt, ist, dass diese Anweisungen geheim gehalten werden müssen. Und Sie haben gesagt, dass jeder ISP, der sich der Geheimhaltung widersetzt, dass dagegen Strafmaßnahmen unternommen werden könnten. Nun, was war der Grund dafür? Das kam ein wenig später. Der Grund für diese geheime Anweisung war, dass die Antiterrorismus-Sektion der Polizei Mumbai gesagt haben, dass wir Anzeichen dafür für Propaganda von Dschihadismus und antinationalen Gruppen auf diesen Webseiten gefunden hätten. Und deswegen sollten die ISPs angewiesen werden, Zugriff auf diese Websites zu beschränken. Also, einige der betroffenen URLs, ich lasse euch eine Sekunde, um euch das anzuschauen, github.com, vimeo.com, payspin, sourceforge, archive.org und noch 27 weitere. Es stellt sich heraus, sogar auf gist.github.com wurde anstößiger Inhalt gefunden und deswegen haben sie gesagt, das muss blockiert werden. Wir wissen leider nicht genau, welcher Inhalt. Was ich lustig, aber auch etwas verwirrend fand, war sourceforge. Was auf sourceforge geblockt wurde, war nur ein Klon von Content, der auch auf payspin lag. Es ging also darum, den Zugang zu Open Source Code zu verhindern. Das hier ist die komplette Liste von geblockten URLs. Das kann man jetzt nicht aus dem Publikum sehen. Es sind hauptsächlich Hilfsdienste, Webdienste, die geblockt wurden und populäre Medienanbieter wie vimeo.com, archive.org, das größte Internetarchiv im Internet. Also das war dann ein Neujahr. Ich war auf einer Party mit ein paar Freunden, ein paar Geeks, wie man das eben so macht, mit Freunden rumhängen. Und ich habe mit einigen Leuten geredet. Einige davon sind heute hier in diesem Raum. Und wir dachten, es wäre vielleicht eine gute Idee, dem ein bisschen nachzuforschen, wie diese Blockierungen umgesetzt werden und wie man diese Blockierung der ISPs umgehen kann. Also, am 1. Januar haben wir einige Stunden damit verbracht, zu messen, wie viel geblockt wird von den ISPs in India, von den staatlich Betriebenen und Datenkommunikation, der Name eines großen indischen ISPs. Wir stellten fest, dass die Blockanweisungen spezifizierte, welche URLs geblockt werden sollten, aber nicht wie diese Blockierungen umgesetzt werden sollten. Und nicht weiter überraschend führte es dazu, dass die einzelnen ISPs die Blocks unterschiedlich umsetzen. In manchen Fällen setzte sogar ein einziger ISP unterschiedliche Methoden ein, um unterschiedliche URLs zu blockieren. Und wir sammelten diese Daten innerhalb einiger Tage und stellten eben fest, es gab verschiedene Techniken, die angewandt wurden. Und einer der ISPs benutzte eine Art DNS-Hijacking, bei denen die DNS-Server einfach auf andere IP-Adressen weiterleiten und nicht auf die eigentlich angefragten URLs. In manchen Fällen wurde aber auch direkt der Zugriff zwischen Host und Server verbunden. In manchen Fällen wurde auch nur die HTTP-Verbindung blockiert, sodass die HTTPS-Verbindung immer noch funktionierte. Und die am meisten verbreiteten eine Methode war Deep Packet Inspection, was bedeutet, dass ein ISP aktiv den Datenverkehr der Nutzer einzieht und dadurch sehr genau den Zugang zu gewissen Inhalten blockieren kann. Wir haben einige verschiedene Weisen benutzt, um diese Daten zu sammeln. Eine davon war ein beliebtes Open-Source-Tool namens UNI. Also Open Observatory of Network Interference ist der originale Name. Und wir haben uns auch auf viele Freunde verlassen, die in Indien waren. Also wir waren ja alle in Berlin. Wir hatten keinen direkten Zugang zu jemandem. Wir konnten uns nicht direkt mit diesen Netzwerken aus Indien verbinden. Also wir erinnern uns daran, wie wir ganz viele Freunde mitten in der Nacht aufgeweckt haben. Und dann haben wir sie gefragt, na, aber wenn ihr versucht, auf diese Seite zu gehen, was passiert? Könnt ihr versucht, diese Tests für uns durchlaufen zu lassen? Und wir haben wirklich einige Freunde, die in Indien sehr lange aufgeblieben sind, mitten in der Nacht, um uns zu helfen. Das war super. Aber wir haben auch, also wenn ich sage wir, dann meine ich, es gab zwei Leute, die sehr, sehr hilfreich waren. Einmal hier Liv und Aaron, die beide in diesem Raum sind. Und Aaron war tatsächlich einer der Entwickler von diesem Uni-Projekt. Also vielen Dank dafür. Und also, wir dokumentierten viel davon in einigen Artikeln. Ich habe da auch noch Links dazu später in einer von den Slides. Wenn ihr mehr darüber lesen wollt, über die genauen Formen von Zensur und die genaue Technologie, die da benutzt wurde von den Internetanbietern und wie genau wir diese Blocks umgehen konnten. Also was die Umgehung angeht. Also wie ich gesagt habe, einige Internetanbieter haben einfach nur HTTP-Verbindungen geblockt. Das heißt, man kann einfach von Hand, also wir haben einfach HTTPS benutzt. Also ich würde auch, ganz abgesehen davon, ich würde einfach jedem empfehlen, immer HTTPS zu benutzen. Es gibt tatsächlich ein Plugin von der IFF, das HTTPS Everywhere, das euch in den Fällen der meisten Webseiten dazu helfen wird, HTTPS zu nutzen. Und DNS-basierte, also DNS-Hijacking wurde umgegangen, indem man einfach einen anderen Nameserver benutzt hat. Also es gibt verschiedene öffentliche Nameserver. Also einige der beliebten sind zum Beispiel der Google DNS-Server und OpenDNS. Und es gab noch ein paar andere, aber im Wesentlichen eigentlich jeder öffentliche DNS-Server außerhalb von Indien konnte einem helfen, diese Dinge zu umgehen. Und uns wurde auch bewusst, dass wir keinen Punkt hatten, an dem wir keine, dass wir diese Webseiten benutzen konnten, indem wir Tor benutzten oder VPNs oder andere Proxys, die wir benutzt haben. Also die konnten wir immer mit diesen Tools erreichen. Also es war nicht wirklich schwierig, diese Blogs zu umgehen. Es ist nur so, dass wir verstehen mussten, wie verschiedene Internetanbieter diese Dinge geblockt haben und dass es verschiedene Arten gab, diese Blogs zu umgehen. Und das ist, was wir getan haben zwischen dem ersten und dem dritten Januar. Und eine der anderen Sachen, die wir gemacht haben, ist auch, dass wir einen Server in Indien aufgesetzt haben, wo wir mit Uni auch weitere Informationen gesammelt haben. Und wir haben den einfach weiterhin laufen gelassen. Und wir haben diese Informationen seitdem kontinuierlich gesammelt. Und eine Sache, mit der ich jetzt begonnen habe zu arbeiten, ist ein Versuch, diese ganzen Informationen zu verstehen und sie auch auf eine sinnvolle Weise zu visualisieren und zu veröffentlichen. Und wir haben das jetzt nicht nur für die 32 URLs gemacht, die in dieser Anweisung waren, sondern wir haben auch verschiedene Listen noch benutzt, also diese 32. Aber wir haben uns auch, es gibt einen Webentwickler, der eine Liste kompiliert hat von verschiedenen URLs, die immer mal wieder als zensiert genannt wurden. Und wir haben auch immer, wir haben uns auch immer über jegliche Hilfe gefreut. Wir freuen uns immer noch über jegliche Hilfe, wenn es darum geht, von Zensur zu berichten und uns über Zensur Bescheid zu sagen. Und auch die Angebote von Entwicklern, die uns helfen wollen, mit Tools Zensur zu messen. Also sowohl mit Uni als auch mit anderen Tools. Also da ist eine E-Mail-Adresse. Wenn ihr irgendwie mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr uns gerne einfach kontaktieren, wenn es helfen wollt, diese Sachen vorzuführen. Eine andere Sache, mit der ich kürzlich angefangen habe, ist diese Seite Chaos-Lag zu nutzen und sie in etwas zu verwandeln, das weiterhin die Zensur in Indien messen kann, auch in der Zukunft. Und wo man auch diese Daten und diese Informationen veröffentlichen kann. Also ich hoffe, dass das in naher Zukunft passieren wird. Also um nochmal darüber zu reden, was die Internetanbieter hätten anders tun können oder was Internetanbieter tun sollten, wenn sie mit Zensuranweisungen konfrontiert sind. Also kein Internetanbieter hat wirklich irgendeinen von ihren Kunden informiert, also bis diese Anweisung eben geleakt wurde. Sie haben niemandem Bescheid gesagt, dass es diese Anweisung gab. Ich glaube, jeder Internetanbieter sollte das sehr, sehr ernst nehmen und sollte transparenter sein, was diese Zensuranweisung angeht und sollte, wo auch immer es möglich ist, ihren Kunden möglichst bald Bescheid zu sagen, dass sie eben diese Anweisung erhalten haben. Also eine Anweisung, den Zugang zu bestimmten Internetressourcen zu blocken. Auch abgesehen davon, besonders in Indien gibt es kein Gesetz, das Internetanbieter dazu verpflichtet, die irgendwelche invasiven Technologien wie zum Beispiel die Packet Inspection zu implementieren. Deswegen würde ich euch auch alle bitten, Internetanbieter zu kontaktieren und ihnen zu sagen, der benutzt diese unnötigen Technologien doch einfach nicht. Benutzt diese Infrastruktur nicht, wenn ihr das eigentlich nicht tun müsst. Denn das macht es wirklich sehr viel schwieriger für Regierungen, auf euch Druck auszuüben. Und benutzt auch rechtliche Mittel, um für eure Kunden zu kämpfen und für die Freiheit eurer Kunden zu kämpfen und die Meinungsfreiheit eurer Kunden. Und ich denke, ein gutes Beispiel, das wir früher in diesem Jahr gesehen haben, das war in den Niederlanden Access for All. Die sind vor Gericht gegangen und haben bewiesen, dass ein Block, der 2012 gegen Pirate Bay implementiert wurde, sie haben bewiesen, dass der nicht nötig war, weil sie Beweise hatten, dass niemand beweisen konnte, dass ein Block von Pirate Bay zu blocken wirklich irgendwie für weniger Copyright Verletzungen geführt hat. Denn die Leute haben das einfach umgangen. Also diese Internetanbieter sind tatsächlich den Rechtsweg gegangen, um eben für die Informationsrechte ihrer Kunden einzutreten. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir als Verbraucher mehr Druck auf unsere Internetanbieter ausüben. Wenn etwas blockiert ist, dann sollte man den Anbietern schreiben und verlangen, dass sie offenlegen, warum etwas geblockt ist. Und man sollte mitteilen, dass die Kunden unzufrieden sind, wenn eben dieser Zugang zu Informationen verwehrt wird. Und dass sie, dass es nicht okay ist als Kunden, dass die Staatsmacht eben solche Blockierungen einführt. Einige... Ich werde einfach nur jetzt einige Tools, einige Hilfsmittel erwähnen, die wir Leuten in Indien empfohlen haben, um diese Blocks zu umgehen. Das Tor-Projekt. Ich glaube, das Tor-Projekt ist eine meiner Lieblingserfindungen unserer Zeit und wahrscheinlich das wichtigste Hilfsmittel für Leute heutzutage die Freiheit im Internet zu verteidigen. Deswegen benutzt Tor zu jeder Zeit. Security in a Box ist eine Suite von Hilfsmitteln, die Benutzern helfen soll, die Sicherheit ihrer Daten zu verteidigen mit Verschlüsselungsmitteln. Und auf deren Website findet ihr auch Informationen, wie man Zensur umgehen kann und wie man den Tor-Browser verwenden kann, um anonym zu bleiben und die eigene Identität zu beschützen und Zensur zu umgehen, wenn man davon betroffen ist, wo auch immer auf der Welt. Und ich würde auch gerne die EFF, die Electronic Frontier Foundation, pluggen. Die EFF hat etwas, das sich Selbsthilfe Werkzeugkasten nennt, veröffentlicht. Auf deren Seite findet ihr auch Informationen dazu, wie ihr eure Internetfreiheiten verteidigen könnt. Und dann noch zwei Artikel über die Blockierung im indischen Internet. Der eine heißt Technische Beobachtung der kürzlichen Internetzensur in Indien. Diesen Artikel habe ich mit zwei Kollegen zusammengeschrieben, direkt nachdem wir die erwähnten Untersuchungen durchgeführt hatten. Und dann noch ein Artikel von einem meiner Freunde, indem er eben verlangt, wie und vorschlägt, wie wir an die Internetanbieter als Kunden herantreten können, um von ihnen mehr Transparenz im Bereich der Zensur zu verlangen. Ja, vielen Dank. Hier sind meine Informationen. Ich bin Houndby auf Twitter und ihr seht meine E-Mail-Adresse. Vielen Dank. Applaus So, we have some time for... Please, forward to the microphone. Ich habe eine Frage. Ihr habt erwähnt, dass Datacom, einer der ISPs, wahrscheinlich D-Packet Inspection benutzt. Und es lang so, als hätten Sie bereits vor dieser Zensuranweisung D-Packet Inspection benutzt. Und könntest du vielleicht etwas spekulieren, warum D-Packet Inspection benutzt wurde? Also es ist nicht ungewöhnlich für Internetanbieter, dass sie irgendwie Anweisungen kriegen, wo sie darum gebeten werden, bestimmte Dinge zu blocken. Also in Indien ist das überhaupt nicht ungewöhnlich. Also als wir diese Forschung betrieben haben, haben wir einige andere Listen gefunden, die wir auch benutzen konnten, als wir dann Uni benutzt haben. Also wir haben herausgefunden, dass es ganz viele verschiedene Dinge gab, die zensiert werden. Also in den meisten Fällen Filesharing-Websites, um Copyright-Verletzungen zu verhindern, aber eben auch Pornografie. Aber es ist nicht das erste Mal, dass wir so etwas gesehen haben. Und auch nicht das erste Mal, dass hier etwas sehr, sehr beliebtes geblockt wurde in Indien. Und wir haben ganz viele andere Seiten, wie zum Beispiel yahoo.com ist auch runtergegangen, wurde geblockt vor einigen Jahren. Dann wieder einmal, also das Ministerium von Telekommission hat damals eine Anweisung herausgeschickt. Damals war sie gar nicht geheim. Also deswegen wussten wir, was dort passierte. Aber sie haben auch etwas gefunden, von dem sie dachten, dass es Gewalt unterstützte und für Gewalt im Land sorgen würde. Deswegen haben sie jeden Internetanbieter gebeten, das zu blocken. Also das ist etwas, was wirklich sehr, sehr üblich ist. Und die Internetanbieter kriegen andauernd diese Blockanweisungen, Zensuranweisungen. Deswegen haben sie vermutlich in diese Technologie investiert, die ihnen dabei hilft. Also, ja. Glaubst du, dass sie die Packet Inspection benutzen, um Daten über die Internetnutzer zu sammeln? Also, ich könnte dann nur wirklich spekulieren, um diese Frage zu beantworten. Deswegen würde ich sagen, ich weiß es wirklich nicht. Ich bin nicht sicher. Und wir haben keinerlei Beweise, dass sie das tun. Danke. Zwei Fragen. Die erste, gibt es nationale Medien oder spezialisierte Medien in Indien, die Artikel darüber geschrieben, dass Zensur in Indien stattfindet. Und zweitens, es gab einen Hochpunkt an der Anzahl von Tor-Benutzern in Indien. Hat das... Den Rest habe ich leider nicht verstanden. Also, ja. Es gab sehr viel Berichterstattung von verschiedenen Zeitungen über einige sehr große Vorfälle. Also, eine davon war dieser Fall und der andere war der, von dem ich E-Mails habe, wo yahoo.com geblockt wurde, aus... Für... Ich glaube, für mehr als eine Woche vor einigen Jahren. Und die... Ja, es wurde definitiv berichtet von großen Medien und es wurde definitiv darüber berichtet. Und auch dieses... Das wurde dann... Darüber wurde dann berichtet, nachdem... Also, nachdem wir dann da sehr viel Lärm gemacht haben auf Twitter und in den sozialen Medien und über diese Blogs geschrieben haben. Und... Ähm... Was war die zweite Frage nochmal? Also, ich glaube, wir haben schon... Wir haben uns das schon angeschaut und ich weiß nicht mehr, ob wir etwas gesehen haben. Also, ich glaube... Also, wir haben darüber geredet, aber wir haben vielleicht nicht besonders gut aufgepasst. Aber das ist etwas, was wir vermutlich aktiv beobachten sollten. Und wir müssten sehen, ob das passiert. Also, ich werde das auf meine Checkliste tun. Also, er konnte nicht genau sagen, ob es ein... Eine vermehrte Nutzung von Tor in Indien gab, nachdem diese Kontrollen eintraten. Äh... Hat die indische Regierung oder die Internetanbietern... Äh... Haben die, äh... Irgendwelche Hilfe von, äh... Vielleicht von Hacking-Team oder anderen, äh... Agenturen, die Zensurmittel anbieten, äh... gehabt? Also, es gab einige Beweise, zum Beispiel bei der Anwendung von DPI, ähm... Zum... Bei der die von, äh... Tata benutzt wurde. Und da gab es etwas von einer Firma namens Sifi Connect. Ich kann mich nicht wirklich erinnern, woher sie kam, aber ich bin mir relativ sicher, dass sie nicht indisch waren. Ähm... Auch wenn du das... Wenn ihr diese beiden Artikel lest, die wir da haben, dann haben wir eine, äh... Haben wir diese verschiedenen Blogseiten von den verschiedenen Internetanbietern und eine von diesen Seiten ist tatsächlich eine große Werbung für diese eine Firma, also bei dem DNS-Hijacking. Und das war eben diese Firma, die diese Technologie an diese Internetanbieter verkauft hat, die ihre Technologie benutzt hat, um, äh... diese Blogs zu implementieren. And the second question is about virtual privacy. Äh... Es geht um VPNs. Äh... Gibt es irgendwelche VPN-Anbieter, äh... die in Indien, die nicht von diesen, äh... Blockanforderungen betroffen waren? Also wir konnten einige Tests, sehr viele Tests durchführen mit verschiedenen VPNs in Indien. Und wir haben festgestellt, dass ihr... Also die Antwort auf die Frage ist, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Und es ist... Aber zumindest ist uns aufgefallen, dass diese Blogs waren sehr, sehr inkonsistent. Also manche Sachen konnten wir über verschiedene Internetanbieter zugreifen. Und dann kurz darauf waren sie plötzlich geblockt, ähm, in der gleichen Netzwerkverbindung. Und manche Internetanbieter haben, haben nicht mal alle 32 URLs geblockt. Also wir konnten einen bestimmten Teil dieser URLs, auf einen bestimmten Teil dieser URLs zugreifen für die gesamte Zeit. Also ohne irgendwelche Probleme. Also von daher, ja... Aber... Nein. Wir haben es nicht wirklich geschafft, ähm, VPNs in Indien zu testen. Ich habe mich gefragt, ähm, in Anbetracht deines Talks, äh, die, die letzten Enthüllungen über Free Basics. Was ich erwarte? Was ich darüber denke, was da passiert? Ähm, ah ja, das ist etwas, wo wir schon für gekämpft haben, gegen die, äh, Regulationsinstitutionen und die Regierung. Also dafür schon eine ganze Weile, mehr als ein Jahr. Sie haben im Wesentlichen eine, äh, eine Bitte veröffentlicht für Konsultationen und haben Leute gebeten, zu antworten. Und einige, ähm, Organisationen der Zivilgesellschaft in Indien haben tatsächlich geantwortet, haben gesagt, nein, wir wollen keine, wir wollen Internet.org nicht haben. Also wir wollen nicht, dass es von irgendwelchen Internetanbietern übernommen wird. Und jetzt gibt es einen zweiten Aufruf für Antworten von der Regierung. Das ist quasi ein Follow-up. Das ist eine zweite Frage zu diesem ersten Aufruf. Und das ist im Wesentlichen die gleiche Sache. Im Wesentlichen geht es darum, dass, also es gab ein Urteil vor etwas über einer Woche, das im Wesentlichen, ähm, Reliance Communications bittet. Also das ist der einzige Telekommunikationsanbieter, der wirklich mit, ähm, Facebook, äh, eine Partner, eine Partnerschaft eingegangen ist. Und es hat diesen Internetanbieter gebeten, diesen Service für alle seine Nutzer zu beenden. Also ich denke, das ist ein sehr gutes Zeichen. Und ich hoffe, dass wir in der Zukunft noch, also nach diesem Prozess, nach dieser Konsultation noch weitere gute Neuigkeiten haben werden. Kurz Kontext, ähm, Internet.org oder jetzt Freebasics ist eine, ein Angebot von Facebook, mit dem sie, ähm, Internet sehr billig anbieten, aber nur eine begrenzte Anzahl an Diensten zugänglich sind. Äh, vielen Dank. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, äh, beenden wir hiermit diesen sehr Entschuldigung.